Katrin Reinhold litt jahrelang an einer Verengung der Gallenwege. Die Folge schmerzhafte Entzündungen und Gelbsucht. Im SRH Waldklinikum in Gera wurde sie mit einer innovativen Methode behandelt, der sogenannten interventionellen Endosonographie. Bei diesem von innen durchgeführten Eingriff mit Ultraschall und Endoskop werden die Gallenwege wieder geweitet. Der Patient hat im Vergleich zu den anderen Techniken keine externe Drainage, kein Schlauch außerhalb seines Körpers, wo die Gallen abfließt oder der Bauchspiellosen Saft abfließt. Außerdem ist der Eingriff minimalinvasiv und ohne Vollnarkose. Schonend für den Patienten. Frau Reinhold ist heute ohne Beschwerden. Ich habe seitdem einen guten Appetit. Ich habe nicht mehr so oft Bauchschmerzen. Ich fühle mich einfach wieder gut. Das SRH Waldklinikum Gera. Weltweit führend bei den Therapiemethoden von Erkrankungen an Bauchspeicheldrüse und Gallenwegen.